wie wäre es denn mit einem Brain Booster? Wie wäre es denn mit einer Pille für den Willen? Wie wäre es denn mit einem maximalen Brain Booster, wo du versorgst, dass dein Gehirn wunderbar funktioniert? Dass du Disziplin hast? Dass du maximale geistige Performance ablehst? Wäre eine geile Pille, ein geiler Booster. Und ja, die gibt es schon. Also, diese Brain Booster gibt es tatsächlich schon. Nur, funktioniert tatsächlich? Was steckt dahinter? Das ist eine spannende Frage. In den letzten zwei, drei Jahren gibt es immer mehr Hersteller, die uns dann einen Brain Booster verkaufen wollen, eine Pille für mehr Bums in der Birne. Und jetzt ist die große Frage, ist das wirklich zielführend, wenn wir sagen, pass auf, ich bin nicht fokussiert genug, pass auf, mir fehlt die geistige Leistungsfähigkeit, ist es dann zielführend zu sagen, okay, ich arbeite jetzt mal am Symptom und versuche mal, ob das Zeug tatsächlich was bringt. Ich habe da eine viel bessere Idee. Und zwar, wie wäre es denn, wenn wir uns mal überlegen, warum haben wir eigentlich keinen Bums in der Birne? Warum können wir uns nicht fokussieren? Das ist die ganz berühmte Not-To-Do-Liste. Denn wenn wir uns das fragen, werden wir wahrscheinlich Folgendes herausfinden. Wir ernähren uns nicht, soweit wir durch Atembedarf gerecht. Denn eine gesunde Ernährung, eine saubere Zufuhr, einen guten, gesunden Kalorien, sorgen für, genau, eine Potenzierung der Leistung im Gehirn. Absolut. Denn unser Gehirn ist ja auch nichts anderes wie Gewebe, das Energie benötigt. Und zwar verdammt viel Energie benötigt. Wenn ihr das Gehirn seht, das ist zwischen 1.340 und 1.370 Gramm schwer. Das ist ja ein kleiner Bestandteil vom Körper, verbraucht aber bis zu 30% der Gesamtenergie. Und das ist ein Mittelwert. Also wisst ihr, hey, Not-To-Do-Liste ganz oben. Erstmal gucken, bevor wir einen Brainbooster reinballern, ob es nicht Sinn macht, hier in diesem Bereich zu optimieren. Und da kann ich euch eins sagen, es gibt keinen Brainbooster auf dieser Erde. Es gibt keine Pille für die geistliche Supermacht, die eine gesunde, soweit möglich artgerechte Ernährung, vitaminreich, mineralstoffreich, amino-sollreich, abdeckt und fettsäurenreich. Gibt es nicht. Den wird es niemals geben. Denn wenn ihr an dem einen Punkt nicht investiert, lohnt es sich im anderen Bereich überhaupt nicht zu investieren. Also, haben wir schon mal Nummer 1 entdeckt. Nummer 2. Wie sieht es eigentlich aus mit der Gehirndurchblutung? Ist die wichtig für geistige Leistungsfähigkeit? Der Verdacht liegt ganz nahe, denn wir brauchen ja viel Sauerstoff und viel Nährstoff. Also, die Blutzirkulation wäre super. Wenn wir jetzt kein geschmeidiges, fließfähiges Blut haben, das keinen besonders guten Inhalt hat oder auch viel zu wenig Sauerstoff, viel zu wenig Hämoglobin, rote Blutkörperchen. Können wir daran optimieren? Yes! Auch das wäre genial, hier wieder die Ursache ins Auge zu nehmen, genau hinzugucken. Ist da vielleicht was im Argen? Sind wir zu wenig draußen? Lassen wir unser Blut mal untersuchen, stellen wir fest, naja, unser Hämoglobin ist nicht spitze, ist unser Herz nicht leistungsfähig genug, ist es unter Stress, sorgt das dafür, dass nicht genügend Sauerstoff und Blut im Gehirn ankommt? Auch ein Punkt, den kann man definitiv überprüfen, das ist wichtig. Was wäre der nächste Punkt? Der nächste Punkt ist, ist unser Gehirn vielleicht müde? Ist unser Brain zwischen den Ohren erschöpft, weil wir eventuell nicht ausreichend schlafen? Oder eine schlechte Schlafqualität haben? Kann man das überprüfen? Natürlich kann man es überprüfen. Das geht wunderbar. Da gibt es zwischenzeitlich viele Systeme. Es ist einmal der Ura-Ring, es sind Fitness-Tracker, da kannst du überprüfen, wie gut ist denn eigentlich dein Schlaf? Ist dein Schlaf überhaupt ausreichend? Jetzt wirst du feststellen, dass man sogar im Mittelwert weiß, dass Menschen, zumindest die meisten Menschen, sieben Stunden plus brauchen. Manche Menschen brauchen sogar acht Stunden Schlaf, gesunder Schlaf und natürlich ausreichend Tiefschlafphasen, damit der Geist entspannt ist und wenn der Geist entspannt ist, ausgeruht ist, dann bringt der viel mehr Leistung. Da gibt es keinen Brain Booster, da gibt es keine Pille, die das jemals toppen könnte. Was haben wir noch? Stress. Wirkt sich der Stress auf unser Köpfchen negativ aus? Ist dadurch unser Brain gestresst, wenn wir Stress haben? Was machen die Hormone mit unserem Köpfchen? Kommt da vielleicht Unruhe rein, dass wir gar nicht in der Lage sind, fokussiert zu arbeiten? Macht es dann Sinn, wenn wir die Ursache belassen, die negative Stressauswirkung auf unser Brain, aber dafür versuchen wir mal die Ursache zu behandeln und das Symptom zu behandeln, einfach mal einen Brain Booster einzuballen? Nein, das wird nicht funktionieren. Und genau jetzt könnt ihr erkennen, dass es erst mal das Warum wieder ins Spiel kommt. Warum ist denn das eigentlich so? Warum haben wir nicht genügend Bums in der Birne? An was liegt das? Warum können wir uns nicht fokussieren? Warum sind wir nicht konzentriert? Warum geht unsere Kreativität blöden? Und warum möchte uns jemand was verkaufen, was letztendlich nur darum geht, das Symptom zu behandeln? Aber die Ursache bleibt die gleichen. Freunde, das wird nicht funktionieren, das hat noch nie funktioniert, das wird auch nie funktionieren. Wir sind immer erst mal dazu aufgefordert, zu überlegen, was könnte denn die Ursache des Symptoms sein? Woher kommt die Ursache? Was ist da los? Warum funktioniert das nicht? Und das ist unsere Aufgabe. Erst mal die Warum-Lupe auspacken, Warum fragen, noch mal Warum fragen, noch mal Warum fahren. Warum bin ich nicht ausgeruht? Weil ich nicht genügend geschlafen habe. Warum habe ich nicht genügend geschlafen? Weil es mir nicht wert war, frühzeitig ins Bett zu gehen. Warum war es mir nicht wert, frühzeitig ins Bett zu gehen? Weil ich gar nicht drüber nachgedacht habe, wie wertvoll mein Schlaf tatsächlich ist. Warum bin ich gestresst? Woher kommt der Stress? Ist das eigen? Das ist ja tatsächlich, das ist ja der eigene Stress, den ich dann mache. Und darunter leide ich, darunter leide auch mein Gehirn. Ich bin danach konzentriert, nicht fokussiert. Was könnte ich tun? Ich könnte überlegen, woher kommt der Stress? Ist der Stress überhaupt berechtigt? Unterliegt diese Überprüfung, woher der Stress kommt? Rationalität? Oder habe ich meinen Stress selber gemacht? Bin ich vielleicht perfektionistisch veranlagt? Will ich immer wesentlich mehr erreichen wie die anderen? Setze ich mir Forderungen, die viel zu hoch sind? Kann ich diese Forderungen überhaupt nicht erfüllen? Habe ich eine To-Do-Liste, die zu lang ist? Ihr seht ja, ich bin mir sicher, jetzt geht das eine Licht hinaus, Bing, 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 ganz viele Lichtchen gehen auf und ihr sagt, hey, da ist echt was dran. Wir sollten einfach lernen, erstes Mal die Warum-Lupe rauszusuchen, zweitens zu gucken, was sind denn tatsächlich die Ursachen und dann sollten wir eine To-Do-Liste machen und zwar eine Not-To-Do-Liste. Was sollte ich in Zukunft nicht mehr tun, damit es erst gar nicht dazu kommt, dass ich einen Brain-Booster brauche? Was sollte ich beachten? Was passiert tatsächlich? Zu wenig Schlaf, schlechte Ernährung, keine Bewegung, keine Ruhephasen im Gehirn. Ah, okay. Das sind die also, die mir die Energie zwischen den Ohren glaubt, die mir mein Hirn leer saugt. Und dann wissen wir, wo wir ansetzen können und dann wird die Ernährung umgestellt einmal. Es wird anders gegessen, es wird regelmäßig gegessen, es wird so weit wie möglich atembedarfsgerecht gegessen, es wird darauf geachtet, dass die Insulinkurve stimmt, dass wir keine Up-Send-Downs haben, es wird darauf geachtet, dass ausreichend Fettsäuren da sind, vor allem die gesunden Fettsäuren, Omega-3. Es wird darauf geachtet, dass der Proteinwert hoch genug ist, es wird darauf geachtet, dass die Kohlenhydrate eben aus dem natürlichen Bereich kommen, die unseren Blutzuckerspiegel nicht irritieren. Es wird darauf geachtet, dass die richtige Menge bedarfsgerecht gegessen wird, sodass wir nach dem Essen nicht in ein energetisches Loch fallen. es wird darauf geachtet, dass wir genügend Flüssigkeit zuführen. Es wird darauf geachtet, dass wir regelmäßig unsere geistigen Auszeiten haben. Es wird darauf geachtet, dass wir regelmäßig frühzeitig ins Bett gehen, damit wir ausreichend Schlaf bekommen. So, und wenn wir dieses ganze Paket geschnürt haben, und ihr seht ja, bitte, fangt eins nach dem anderen an. Wenn ihr keinen Coach habt, dann solltet ihr eins nach dem anderen machen. Wenn ihr einen Coach habt, der kann mit euch durchgehen und kann euch zeigen, wo ist das meiste Potenzial für euch und mit dem Faktor, wo für euch das meiste Potenzial liefert, wo ihr am schnellsten umsetzen könnt, damit fangt ihr am allerbesten an. So, und wenn ihr das gemacht habt, wenn ihr die Ursachen habt, wenn ihr die Warumlupe ordentlich ausgenutzt habt, dann geht ihr Baustelle für Baustelle an. Und irgendwann wird ihr feststellen, hey, das ist ja unglaublich, wie viele Bums ich in der Birne habe, was da oben los ist, wie gut dieses Teil funktioniert. Und dann fragt ihr euch, auch jetzt wirklich noch ein Brain Booster? In dem Moment, wo ihr das alles optimiert habt, dann könnte man sich tatsächlich Gedanken machen, nützt es jetzt noch was ein Brain Booster? Sollte ich es mal ausprobieren? Dann habt ihr vielleicht noch mal über ein Brain Booster noch einmal so vielleicht 5%, 10% Leistungsverbesserung. Denn ihr habt schon mit den allen anderen Parametern schon mindestens 50, 60, 70% rausgeholt. Ja, und das ist das Maximum. Wenn ihr aber ohne eure Warum zu fragen, warum ist es so, ohne die anderen Bereiche zu optimieren, mit dem Brain Booster arbeitet, und da holt ihr dann 5% raus, was ist das? Das ist nichts, da könnt ihr das Geld direkt neben in den Hülle einmal schmeißen. Das funktioniert so nicht. Leider, 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 bindet uns natürlich die Industrie gerne einen schönen, fetten Bären auf den Rücken, auf den Buckel. Und erzählen uns natürlich das mit dem Brain Booster, mit dem Supplement, alles easy, es geht alles easy, ihr habt ein Lachen im Gesicht, ihr seid hochintelligent und keine Ahnung, ihr seid schlauer wie Albert Einstein. Nee, 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 so ist es nicht. Also Freunde, das ist mein ganz wertvoller Tipp an euch, wenn es darum geht, Energie zwischen den Ohren aufzubauen, euch wirklich mal zu überlegen, wo hat euch Energie geraubt, wie schaut es aus auf diesen 4 Levels, Ernährung, Bewegung, Schlaf und Achtsamkeit, was kann man da rausholen, das zu optimieren, die Ursachen zu finden für einen Energieverlust und dann seid ihr schon energetisch auf einem Niveau, das könnt ihr euch heute noch nicht vorstellen. Und wenn du jetzt sagst, naja, na, Freunde, ihr glaubt es gar nicht, was es ausmacht. Ich habe gerade gestern, gerade gestern von einem Coach die Nachricht bekommen, Herr Andreas, das ist unglaublich, was das Ernährungsverhalten ausmacht. Ich hätte nie gedacht, ich ernähre mich jetzt schon nach 10 oder 11 Wochen, ich seid jetzt glaube ich schon dabei, ernähre ich mich nach deinem Ernährungsplan, habe alles immer schön straight durchgezogen, alles schön artgerecht, bedarfsgerecht, schön die Platz lassen für einer zu anderen Mahlzeit. Jetzt habe ich zwei Tage lang komplett gesündigt, was auch mal vorkommen kann. Ich habe mit den Jungs, war ich unterwegs, wir haben Pizza gegessen, wir haben Bier getrunken, wir haben Wein getrunken, wir haben Süßes gegessen, weißt du was? Alter, ich fühle mich so schlecht, meine Energie spiegel ist so weit nach unten, ich habe heute versucht, das war gestern, das war genau, einen Tag später versucht zu trainieren, sagt, hey, das war unmöglich, ich hatte einen Leistungsverlust von guten 30 bis 40 Prozent, körperlich, geistig, ich war nicht fokussiert, hatte überhaupt keinen Bock, ich war müde, ich war träge. Er hat für sich selbst den besten Beweis geliefert, was da tatsächlich passiert, was eine gesunde Ernährung auswirkt. Davor, als er sich immer ungesund ernährt hat, konnte er den Unterschied gar nicht feststellen, weil das war ein normaler Zustand für ihn. Natürlich stirbt man nicht daran, natürlich stirbt man nicht eine ungesunde Ernährung, nein, man gewöhnt sich daran, es ist ein schleichender Prozess, man wächst auf, man ist Kind, man isst das alles, Pommes, Pizza, man trinkt Wein, man isst Süßigkeiten, ist alles ein ganz normaler Zustand. Lebensfähig, überlebensfähig. So, und dann kommt der Punkt, der Gute kommt zum Minister T, bekommt ein sauberes Ernährungsverhalten, Bewegungsverhalten, Schlafverhalten, so, dann reißt er einmal ein, zwei Tage lang, nur zwei Tage lang, vergisst er alle Regeln, alle gesunden Regeln, was mal passieren kann, das ist völlig in Ordnung, wir sind alles nur Menschen, müssen auch mal Party machen, aber danach spürt er, wow, was ein Unterschied, im Geiste und im Körper, denn, er hat auch geklagt, Andreas, im Business, ich war so leer im Kopf, ich war so müde, und im Training, ich konnte mich überhaupt nicht fokussieren. Er hat es gelernt, anhand einem Fehler, was er gemacht hat, den Fehler wird er sicherlich nochmal machen, beim nächsten Mal weiß er es, und kennt die Auswirkung, und kann dann natürlich auch abschätzen, gut, dass das nicht gut war, und ja, dann findet man es irgendwie ab, und macht dann montags oder weiter, so wie es jetzt auch gemacht hat. Wichtig war für ihn das Learning, einfach mal zu spüren, was passiert, wenn man den Körper optimiert, über Ernährung, und was passiert, wenn ich es weglasse, was passiert, wenn ich das alles wieder vergesse, und jetzt passt auf, jetzt kommt noch was Spannendes, wenn man das nicht nur zwei Tage macht, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, zwei, drei, vier Wochen, wisst ihr, was dann passiert. Dann gewöhnt ihr euch an den Zustand, und der Zustand ist ja völlig normal. Und ich sage, ist alles easy, ich bin doch überlebensfähig. Freunde, da hängt so viel Potenzial drin, das ist unglaublich, was man mit so einem gesunden Verhalten alles aus sich rausholen kann, das glaubt ihr jetzt noch nicht. Wenn ihr jetzt vorm Rechner sitzt oder vorm Handy sitzt und sagt, ja, bla, 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 ihr kennt diesen Zustand nicht. Ihr kennt nicht dieses Superman, dieses Energiegefühl, montags morgens aufzustehen und sagen, weißt du was, gib mir die Welt, ich hau eine Delle rein. Ich reiße ganz große Bäume raus, ich bin topfit, ich gehe in der Woche drei, viermal trainieren. Ich habe Spaß mit meinen Kindern, ich habe Spaß mit meiner Frau, ich habe Spaß im Job, weil ich die Energie dafür habe, weil ich ausreichend geschlafen habe. Genau darum geht es. Deswegen, Freunde, nochmal abschließen, Brain Booster, lasst es sein, dieses Zeug hat keinen großen Wert. Wenn ihr eure Basis nicht verändert, lasst es weg, arbeitet erstmal an eurer Basis, wenn ihr das geschafft habt, dann geht es weiter. So, und jetzt hast du die Frage, du sagst, Andreas, ja, du hast völlig recht, es ist auch logisch, es ist auch einleuchten, ganz klar, weißt du, aber ich bin beruflich eingespannt. Ich habe überhaupt nicht die Zeit, mich um solche Sachen zu kümmern. Ich brauche jemanden, der mich unterstützt. Kannst du sowas machen, hast du noch Kontingente frei? Ja, dann kann ich dir sagen, Kontingente habe ich immer wieder frei, das ist möglich, aber ob wir zusammenpassen, das kann ich dir noch nicht sagen. Um das herauszufinden, ob deine Wünsche zu unserem Programm passen, dazu trägst du dich jetzt in die Page ein, und zwar unter andreas-trienbacher.com und da trägst du dich ein, suchst deinen Wunschtermin raus und dann haben wir zwei in Kürze unsere 60 bis 90 Minuten Erstberatungsgespräch, kostenfrei, Strategiegespräch, damit du überhaupt mal erfährst, wie können wir bei dir vorgehen, was macht bei dir Sinn, was führt bei dir langfristig zu überfolgen. So, das war es und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei allem, was du tust und vor allem setzt die Warum-Lupe an und wenn es passt, dann sehen wir uns in Kürze entweder hier direkt bei mir vor Ort zum Erstberatungsgespräch oder online per Video-Call. Bis dahin, mach's gut, bleib gesund und hab ganz viel Spaß bei allem, was du tust. und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, bis dahin, Vielen Dank.